so leute hier sind wir wieder bei outrunners und ja mal gucken wir müssen hier irgendwo hin ich gucke mich erstmal hier bisschen um ich gehe gleich tagebuch notizen was hatten wir denn hier ok ja ich auch noch welche notizen interessant noch eine aufgabe das wird interessant na klar alles andere ist schiefgegangen warum nicht auch noch bist du echt glaub schon wie lange bist du schon hier tage wochen weiß nicht mehr die scheiß rebellen haben alle bergleute ermordet ok ok ich konnte mich verstecken aber die dreckskerne trieben alle zusammen und schlitzen ihnen die kehlen auf wie viel ich hatte einen plan einen verdammten plan sprengstoff im aufzugsschart du begrebst sie da unten lebendig ja aber es funktioniert nicht die leitung sie ist unterbrochen reparierst du sie mir ich reparier sie halt durch sie ist nicht unnötig in die länge ich will dass diese scheiß rebellen ich will das nicht oh man ich will jetzt das machen wir müssen dafür da leiden was habt ihr hier unten überhaupt abgebaut alles an metall was wir für die kolonisierung und später für den krieg brauchen konnten es war knochenarbeit aber wir machten sie und zwar um unsere leute am lieben zu erhalten corrigans leute beschützten uns alles lief gut bis die scheiß rebellen durchbrachen nur mal gucken was ist skype könig zu einer ist hier hier aber hier so huhu 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 Sniper wie so aussieht Sniper wie so aussieht Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich öffne gleich die Tür. Ich muss suchen mir eigentlich erstmal Munition. Wenn er ein Scharfschütze ist, dann müssen wir ihn näher ran. Wenn wir ihn näher ran sind, dann müssen wir ihn einfach kaputt klippen. Kontakt! Okay. Das war's für heute. Was war das denn? Okay, gut. 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 Ich werde das Ressi-Ressi-Ressi sein. Das war's. 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 Okay. Okay. Das war's. 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 Okay, ich laufe da oben. Ja, das können wir. Ja, das kann ich nicht. Das war's. Die werden natürlich auch wirklich schönen Schaum zu tun, ne? Au! Au! Ja, hm, ja. Ich könnte ja meine Rüstung ändern, aber ich hoffe, nö. Ich muss noch nicht mehr so wissen, dass ich nicht mehr. Ich habe noch nicht mehr Säge die Knie aufgestanden. Ich habe noch nie mit zwei. Ich bin vor allem mit zwei. Aber ich habe auch noch nie mit, was ich fuhren, was ich an, was ich für eine Knie ist. Mein Name. Ich habe aber auch schon flress. Ich finde, ich geh nicht mehr, was ich die Knie unterließe, immer das Knie. Ihr könntest nicht besser. Ja, brauchen wir nicht sehen. Ja, brauchen wir nicht. 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 Ja, das kann ja nicht sein, dass wir hier so schnell sterben. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Ja, wenn wir nicht. Ja, wenn wir nicht.